Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Last of Us im Multiplayer. Und ich bin nicht allein, ich hab die Kati dabei. Ihr hört zwar jetzt ein bisschen befrügt, den Fucker und den Dopp. Wir können nicht mehr reden, wir sind schon ganz matt hier. Jetzt ohne Witz, wieso sterben bei mir die ganze Zeit Leute? Michael Lynn ist gestorben, wieso? Weil der Alte ist wahrscheinlich. Eoschar macht ein Feuer für das Abendessen. Alte und verbraucht. Bei Kati boden sie irgendwie Tunnel, bei Bruh machen sie Feuer und bei mir sterben sie. Ja, siehst du mal. Ja, bei mir leben sie. Unglücklich sind sie. Ich hab schon Schmerzen in den Schultern, weil ich die ganze Zeit so die Arme hängen lass wegen dem blöden Gamepad. Fällt mir immer erst auf, wenn ich so hier Konsole spiele zu lange, dann tun mir voll die Schultern weh. Gentleman 90. Gib mir aber auch so, Buh. 59. Raus. King Nimrod. Raus, raus. Raus, raus, raus. Raus. Willste? Ja, okay. Tschüss. Ja, klar. Ja, Leute, wir sind hier. Ich bin nur dabei jetzt. Mach mal Platz. Gib mal die Pussy. Pussy. Wir müssen doch irgendwie noch ein bisschen sauberes. Das ist gerade mal Level 1. Wir müssen das doch ein bisschen ausgleichen. Ich fände es cool, wenn mit dem neuen DLC, da kommen ja neue Maps und so, wenn da auch das Matchmaking ein bisschen verbessert wird. Oh ja. Fände ich super. Vor allem will ich 11 Punkte haben. Ja, Leute, wenn ihr jetzt bei mir schaut, Tyra hat schon 11 Punkte. Ich habe immer noch 10. Hallo. Warum? Immer wenn er aufgeregt sind, dann ist Tyra. Wie viele Vorräte hast du denn? Also rechts und hier steht immer, wie viele Vorräte du hast. Ja, nee, nicht Vorräte. Achso, meinst du deswegen? Ich habe 1562 von 1688. Ja, wahrscheinlich bekommst du dich bei 1600 oder so. Ja, okay, dann brauche ich noch 90 knapp. Dann kriege ich das. Alles klar. Danke. Das könnte schon sein. Vielleicht geht das wirklich nach Rohstoffen, die man hat, ne? Ja, das kann sein. Aber der Bogen, dass der so spät kommt, ich finde das so frech noch. Schon wieder so eine... Ist doch egal. Wenn noch die Ehe. Da geht ich einfach mal raus. Santos Junior Eis. Nein, ICE. Da ist auszubildende bei der Deutschen Bahn. Oh, der Dennis ist ultra. Pass auf. Oh, scheiße. Wenn da jetzt noch irgendwie 99 dahinter stehen würde. Oh, guck mal, der ist bestimmt aus Norwegen. Skoglund. 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 Bleib abgeschlafen. Ich lache niemanden für meinen Team verrecken. Ich habe immer schon Zeitungspiel noch. Nein, ja. Highschool. Highschool. Nein, Highschool. Highschool. Oh Gott, Kinder. Fuck you, ey. Danke, ey. Mir ist gerade aufgefallen, dass bei mir der Ton viel zu laut ist, weil ich beim, wenn ich Privatspieler, den Ton viel zu laut gemacht habe. Und bei allen Aufnahmen bis jetzt war es viel zu leise. Bei mir ist es auch viel zu laut gerade, die Typen. Bei mir auch, komischerweise jetzt. Halt die Frösche, du Pussy, du Pussy. Ich spiele ja immer so eh nicht mehr, von daher. Doch schon. Doch schon. Doch, klar. Erinnert mich bitte, erinnert mich bitte daran, dass ich nach dem Spiel die Soundhine-Sharmonen runterschraube. Also ich verstehe, ich bin ganz schlecht gerade. Ich habe gesagt, Pussy, 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 Pussy. Ah, okay, alles klar. What? Du hattest ja auch noch Mucke, du. Sag mal. Oh, du sagst nicht so lange. Bushido Elektro-Ghetto. Hey, wieso sind wir nur zu zweit? Ach, da seid ihr. Ich dachte gerade, ich bin mit Zauberus alleine. Ja, das wäre echt der Untergang gewesen. Ja, bei mir, weil ich mit Zauberus alleine bin, ne? Ah, stopp. Wieso willst du nicht mit Zauberus alleine im Zimmer sagen? Weil der Scheiße ist der Typ. Ne, doch auch. Aber wisst ihr, wenn noch Scheiße scheißiger ist? Der Foka. Dann wollte ich jemand anderem sagen. Ja, aber okay. Ja, deswegen bin ich der ganz schön zur Folge gekommen. Der wollte ich nicht sagen. Da vorne. Feuer, aufpassen. Oh, der auch schon zielt hier. Das ist abartig. Au, ja. Ist das denn nicht Ultra? Ne. Scope. Irgendwas mit S. Ja, wenn das Scope heißt, dann hat er auch so ein Ultrascope. Kannst du mich verbinden, Bro? Ne, leider nicht. Ich bin wieder drauf. Das geht. Da ist er, der Skoplo. Im Bus ist der. Da ist sie ihn auch. Mach dir mal einen Verbind. Ich habe ihn erledigt, aber der wird wahrscheinlich wiederbelebt. Habe ich ihn? Ich habe ihn, kommst Punkt. Vorsicht, oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach, Bro. Ich verkehrte ihn erst vor. Von links, ich bin tot. Dennis Holt hat mich gekillt. Atme weiter, ich helfe dir. Hinter uns. Du hast eine hässliche Brille. Dankeschön. Au, au, au. Oben aber drauf, oder? Oben. Au, au, au. Ja, oben drauf. Ich treffe sie nicht. Shit. Ach so, der kommt runter. Ja, ich sehe ihn. Kannst du mir mal helfen? Ich habe ihn. Machen wir, haben wir. Komm her, Fokka. Ja, dann komm. Ja, komm. Ja, komm, ich sprinte. Das wird nichts. Das wird nichts. Klar. Einen Moment noch, ich helfe dir. Dann gehst du drauf. Kriegst du alle? Hälfte, hallo? Hallo. Mach schon weiter. Okay. Du blutest am Arsch bei mir. Du blutest auch? Naja, oberes Bein. Oben auf dem Dach ist einer, der Santos. El Santos. El Diablo. Ne, Santos Junior. Ich sehe ihn. Junior sogar. Oh mein Gott. Wie kann ich den denn markieren? Einfach auf die Taschen. Rechter Stick da. Genau, Taschenlampe. Merk dir immer Taschenlampe, dann leuchten die. Wo ist er? Da oben bei diesem Let's Go Dings. Hey, da, ein Firefly! Ich habe ihn erledigt. Ich fühle mich voll veräppelt. Ich habe das Gefühl, ich schieße den Hedge out, aber irgendwie mache ich das gar nicht. Eckart, die kannst du mal rein. Wo bist du denn? Hier bin ich. Okay. Letzter Gegner geflogen erwischt. Ach ja, wir sind ja bei Überlebende. Ich habe gerade schon mehr vergessen, was wir hier machen können. Ist mir auch völlig... Oh ja, wir sind gut. Ja. Soll ich euch ja nicht aufgefallen, dass da keiner wiederkommt? Ja, auch nicht. Blue hat mir wieder die Exekution gekauft, wollte ich nur mal sagen. Ja, der wäre eh gestorben, bis hier oben war. Ja, eben. Wollen wir nicht immer rum, ey? Nee, aber wenn du ihn nicht getötet hättest, dann hätte ich die Exekution bekommen. Okay. Nee, ey, nehm das doch nicht so. Ich wollte gerade sagen, ich fummel dir schon wieder am Arsch rum. Ah, ich stehe da drauf. Brrrr. Wenn du das machst. Jetzt geht es hier aber los, ey. Wollt ihr alleine sein? Ne, waren wir schon oft genug. Da unten ist er. Da unten ist er. Wie viele K.O.s hast du, Tyra? Äh, Tyra, sorry. Tyra. Fogun, ne? Also ganz ruhig hier. Was ist Tyra fine? Hier ist eine Kiste, ne? Oh, weil du gerade so weitergestürmt bist. Ja, ich würde schon mal die Deckung klar machen, dass sie auch nicht durchkommen. So, ich kann gar nichts herstellen, aber ich kann mir eine Rüstung kaufen. Das ist schön. Wir haben eine Rüstung. Das ist ja doof, ey. Die Rüstung wird übernommen aus der vorigen Runde, aber nicht die Mollys oder sowas. Ja. Die Mollys nicht? Ne. Ich habe gerade einen gebastelt vorher noch. Der ist weg. Die Sachen sind alle wieder weg, also. Ich brauche Deckung. Die Ressourcen werden auch nicht drin. Da vorne ist einer im Hof wieder bei den Bussen. Ich habe ihn gerade im Lauschmodus gesehen. Ich sehe niemanden. Ich sehe wirklich niemanden. Aber ich kann auch nicht gut gucken. Ich habe den verbesserten Lauschmodus, glaube ich, als Scout. Ups. Aua. Da oben. Vorsicht. Da hinten am Bus. Vorsicht. Einer kommt direkt jetzt hier gleich aus dem Dings raus. Autsch. Deckung muss mich verbinden. Alter. Nein, ich habe ihn doch... Fertigruf. Nein. Ich habe ihn doch mit dem Messer. Warum hat er es nicht gezählt? Fertigruf. Sehr gut. Oh Mann, du Arsch. Ah, Stichmücke. Was? Was? Ich wurde vorhin, als ich aufgenommen habe, bestimmt dreimal gestochen während einem Part. Ohne Witz. Ich habe das gemerkt, aber ich würde nichts machen, weil es gerade zu heck ist. Halte, Kathi. Haltest du mich? Ja, sehr gut. Ah, in der Aula ist einer, da wo die Treppen sind und... Ne, nicht Aula. Was ist denn das? Da wo die Gerüste stehen, ganz am Anfang. Wollen wir nicht lieber mal ein bisschen zusammenbleiben? Ja. Im Hof? Seid ihr das? Im Hof sind wir, ja. Ne, wir sind... Ja, das seid ihr, okay. Ich habe es eben gar nicht registriert. Okay. So. Was sind sie denn? Achtung, wir zum Hinsen. Da wo wir gestartet sind, oben bei den Toiletten ist gerade einer, der kommt in den Chemiesaal. Okay. Da wo die ganzen Geräte stehen, ihr wisst. Du bist schon tot, oder wie? Ja, ja. Der hat mich übergeboxt. Er cheeatet jetzt ein bisschen für uns. Da kommt er raus, genau dahin, wo du hinguckst. Wallhack. Ich glaube, Kathi ist... Ne, da wo sauber ist hinguckt, da ein bisschen links aus dem Raum, dann müsste er bald rauskommen, glaube ich. Ich sehe es halt nicht mehr. Bei den Bussen unten ist noch einer. Los geht's. Bei den Schulbussen. Wo denn da? Hinter dem, wo der Flaggenmast ist, mit der blauen Flagge dran. Ist im Labor nur jemand und sind da zwei drin? Da war eben einer drin. Ich sehe ihn jetzt halt nach unten. Ich habe ihn. Jawoll. Oh, der ist explodiert. Warte. Bei den Bussen, im Bus ist einer drin. Hab den anderen. Los nicht zuvor. Oh, sehr gut. Ja, den habt ihr im Bus. Warte, jetzt ist er. Ich halte dich, Kathi. Team Egan. Tür auf Himmel. Geht mal raus da. Da, wo die Busse sind. Und jetzt links von euch. Müsste der irgendwo sein. Da ist er hingelaufen. Genau da, wo ihr hinguckt. Da muss doch irgendwo hin sein, da vorne. Geh mal von nachts. Ich nutze mal Lauschmodus. Guck mal, wie ihr ihn seht. Seht gar nichts. Ja, wir sind wieder voll fies, ne? Ja, wir sind unglaublich unfair. Ja, wenigstens campen wir nicht. In der Situation können wir auch campen. Vor allem, es bringt ihm nichts, wenn er sich versteckt. Ich weiß, ich glaube, er hat eine Rüstung. Glaube ich. Ja, jo. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn in der Bibliothek hier. Denn doch. Nein. Er verletzt. Oh, Mann. Ich hätte ihn noch getötet. Ja, hau ihn, hau ihn. Sehr gut. Unter die Treppe geprögelt. Wer ist Nummer eins jetzt? Was habt ihr gesagt? Die Klappe. Ich bin wieder Letzter. Warum nicht immer Letzter? Bro, in jeder Aufnahme. Bro, wieso bin ich Letzter? Wieso bin ich Letzter? Ich bin immer Letzter. Obwohl ich mich doch so anstrengen. Die Verbesserung für die Waffen bleiben aber. Wie gesagt, Rüstung und so auch alles. Alles cool. Das finde ich gut. Wenigstens das. Ja, ich hab meine Waffe verbessert, deswegen. Die Jungs, die Rage sind jetzt bestimmt schon richtig. Ich meine, die sind voll scheiße. Okay, am Schluss müsste ganz still sein. Ich will alles aufnehmen, wie sie so rumflamen. Nö. Mach mal 4, 0, Blatt, komm, die Jungs. Da vorne ist direkt. Mit dem Mollo, mit dem Mollo. Vorsicht, Leute. Alter, was denn das für eine scheiße Waffe? Was denn das für ein blödes Zeichen gibt es? Wieso hast du die überhaupt? Ja, weiß ich doch nicht. Weil ich die Waffen durchprobiere einfach mal. Der hat einen Molli, wir müssen aufpassen, ne? Die Waffe, die du hast, äh, Therafine ist echt die schlechteste. Therafine? Koko. Ja, Therafine. Hey, ist ja um auf dem Dach jetzt, oder was? Ja. Was für ein Dreister, Bänger. Ich sicher uns mal unsere Umgebung von hinten. Ich hab ihn zweimal getroffen. Ob er auch ne, was, äh, Schutz hast. Da vorne, 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 vorne. Ach, komm schon, Mann. Ich hab dich dreimal getroffen. Und die Rüstung hab ich dir abgeschossen. Aber nö, sterben mag's natürlich nicht. Ein Bus, im Bus, direkt im Bus. Habt ihr ihn? Wie kommen die denn? Nein, ich schreck, ich seh gar nichts. Oh, der hat mich. Ah. Er lässt mich, der wird. Ja, komm. Nein, schon wie? Vorsicht. Komm. Wieso geh ich überhaupt den Nahkampf mal? Äh, ich hab mega leck, grad. Ich seh gar nichts. Ha! Lass ihn, nein! Lauf weg, so ab, lauf weg, lauf weg. Nö, ne, ich bleib bei der Kathi. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, Kathi ist umgehauen worden. Nö, ne. Äh, okay. Ach, hallo. Entschuldigung. Einer ist in der Uni drin, dort bei... Bei der Chemie-Saal oben. Ja, genau. Und einer ist auf dem Dach. Achtung, einer ist auf dem Dach. Über euch auf dem Dach. Genau, über euch. Oh, ey, Mann, los geht's. Direkt Fensterseite. Guck mal, links. Links gucken, links, links, genau. Ja, genau, jetzt müsstest du ihn sehen. Ja, so. Oh, ich schläge euch, ich sehe nichts. Oh Gott, von rechts. Oh Gott. Er ist rechts um die Ecke. Ach und Saubus, links ist da noch einer auf der Terrasse. Ich bin tot, ich bin tot. Kathi ist tot. Ah, nein, bin ich nicht. Sorry. Kommst du dir? Jawohl, Kathi, hau ihm einer. Kathi, belebe Saubus wieder. Belebe Saubus wieder. Ja, ich rette dich. Ein Moment, glaube ich, ich helfe dir. Geh mal ein bisschen auf die Seite, Saubus, da ist direkt draußen jemand. Egal, egal, wir machen das schon. Beleg deinen Arf. Auf dem Dach ist einer. Da ist ein Medi-Kit für die Saubus, wenn du eins brauchst. Nein, nein, sie sind noch zwei. Sie halten mich eben. Okay. Die sind so doof, die teilen sich halt voll auf, ne? Ja, also. Immer noch oben auf dem Dach, hinter dem gelben Schild, ist einer. So, warte, lass mich erst mal. Oh, ich habe kein Medi-Kit. Hauen wir auf die Egel. Haben wir irgendwo Medi-Kit? Er schmeißt was, Achtung. Ja. Es sind beide oben auf dem Dach. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Komm, die kriege ich da. Ich habe nur noch drei Schüsse. Vorsicht, jetzt kommt einer. Okay, einer rennt auf, 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 zu. Der kommt oben durch den Raum, wo es dann runter, die Leiter runter geht. Schaut mal an die Leiter jetzt. Ja, ja. Ne, noch ein Stück rechts. Ein Stück rechts, Kathi. Da kommt dann die Leiter runter jetzt. Sieh da? Ne, rechts von euch. Guck doch mal durch den Durchgang. Genau da lang. Rechts, rechts, rechts. Schau, muss. Das ist rechts. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es ist ja, links ist ja auch noch ein Eingang. Da ist aber keiner. Der andere ist auch. Da können ja sehen, wenn jemand kommt. Einer ist auf dem Dach und einer ist da irgendwo in der Uni drin. Ja. Da ist den, der hat einen Molotow. Weg, weg, weg. So, was ist los? Hättet ihr safe gemacht. Ihr habt noch ein paar Sekunden. Na, egal. Wo ist er denn? Da oben. Da oben. Da oben. Renn, renn, renn. Ich wollte ihm eigentlich einen Headshot geben. Okay, diesmal gehe ich nie wieder in den Nacken. Nö, das kannst du vergessen. Das ist total buggy. Ich wollte vorhin ein Messer stechen und da hat es gar nicht registriert. Wohin ich hinterher... Also der Modus ist nix für mich. Nö, ich finde ihn auch. Ah, der ist cool. Ich finde ihn cool. Der ist viel spannender, dann weißt du, dass nicht andere und jemand von hinten wieder kommen kann. Nö, aber grad, das ist doch schrecklich. Nö, ist alles so endgültig, dann halt. Das ist spannend daran, wenn, wenn irgendjemand hunderttausendmal wiederbelebt wird. Na, ich mach's selber. Fertig, los geht's! Ich muss kommen zu dir. Achtung, äh, da draußen ist gerade jemand. Nee, kann ich nicht, shit. Abmarsch! Ich hab' keine Ahnung, ob ich genug Speichel hab' für die Aufnahme. Haha, wirst du sehen, wenn Fraps ausgeht. Ich hab' nämlich ziemlich viele aufgenommenen Gäste. Da draußen, einer mit dem Molotow, Vorsicht, saubes! Er wirft! Lauf! Sehr gut. Hä, wieso fallen hier Blätter rein in die Schule oder in die Uni? Weil sie es können. Äh, einer ist im Labor, im Chemielabor. Wie hat er mich getroffen? Wie hat die Nagelpumpe mich getroffen, verdammt? Komm schon! Vorsicht! Der ist jetzt hier reingerannt, hier unten. Mhm. Seid ihr da? Ja, ihr seid da. Aufpassen! Oh! Brugger, nicht sterben, komm hoch. Ich muss mit deiner Ahnung. Oh Gott. Ich heilte, komm. Ja, hab ihn. Okay, alles klar. Sauber. Vorsicht, direkt vor uns irgendwo wieder. Oh! Shit! Das war mein Endwasser! Könnt ihr euch heilen? Oh Gott, hier sind sie bei mir! Verdammt! Ich bin tot. Nee, gar nicht. Brugger, Vorsicht. Ja. Hinter dir müsste noch einer sein, gerade jeder war da. Ja, ja. Wieso schlägt der denn nicht? Der ist, ich verstehe das nicht. Komisch, komisch, komisch. Da oben ist einer. Home of the Eagles. Brugger. Da sind beide oben, ne? Beide. Hocken die da noch? Ja. Ja, einer hat einen Molli, Achtung. Da wirft ihn. Nein! Zu spät. Brugger, alle drei sind auf dem Dach. Alle drei auf dem Dach. Ich hatte gerade auch einen Molli. Ich wollte eigentlich auch... Jetzt kommt er zu dir, halt. Komm zu dir. Ah, nee. Kannst du knicken, ich hatte gar nichts. Ja. Okay, komm jetzt nochmal konzentrieren und dann packen wir die. Und nicht so weit auseinander gehen. So, wofür steht das? Einfach Wurst-Style, Mann. Achso. Warum weißt du das nicht? Ist das so schlimm? Ich wusste, ich wollte nur den Brug testen. So, ja. Du hast bestanden. Ja, danke. Ich kann mich wieder eine Rüstung holen. Boah, ich krieg nie genug Zeug zusammen, um mir gleich eine Molli zu basteln oder sowas. Nee, ich auch nicht. Es dauert immer ewig. Ich kann eine Rauchbombe bauen. Wow. Ja, die kann ich auch irgendwie immer bauen. Ich glaube, wir bekommen auch immer die gleichen Teile, wenn wir vom gleichen Dings nehmen. Da vorne ist einer, unten schlägt er. Direkt vor uns. Ich mach mal mit dem Molli. Unten an der Treppe war der eben. Ich bin fertig. Im Schleichmodus. Ja, ist kein klar. Da sind zwei Stück. Alter, doch, da hinten. Da hinten hockt er. Links daneben war auch noch einer. Draußen auf dem Dach, der eine. Ja, danke für die Heilung, Karte. Ich bin auch... Ach so, ich laufe Bruder hinterher. Entschuldige. Jetzt hab ich noch selbst gehabt. Jetzt hab ich noch selbst gehabt. Okay, Entschuldigung. Was sind die denn? Wie gesagt, hier unten ist noch einer. Da. Oben. Im Fenster. Sehr gut. Ey, ich hab den voll erwischt. Ich hab den voll erwischt. Sohn der Dreck. Ich geh Bruder hinterher. Ich hab Angst, dass er abnüppelt ist. Also zwei sind hier in der Uni und was auch immer. Ne, ne, wo bin ich? Hier unten. Wie gesagt, immer noch hier unten. Ja, komm mal. Hört ihr keine zu, war? Lass den verrägern. So. Alter, ich bin gekürt. So. Ich hab ihn. Gut. Ich würde mal sagen, Tourist down, ne? Jetzt bin ich doch nicht bei Bruder geblieben, aber Bruder kommt ja wieder. Der hat mich eben angeschossen. Der ist oben auf dem Dach gewesen, der einer. Warte, lass mich heilen. Ey, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Da oben ist er, direkt über uns, Leute. Direkt über uns. Ich heil mal so, ob es. Wenn er nicht gerade wegrennt. Okay. Hab ihn. Sauber. Aber hab ihn nicht ganz. Er rennt wieder weg. Er bleibt hier stehen. Vorsicht. Direkt neben dir. Spucker direkt neben dir. Jetzt bewegt deinen Arsch. Jetzt krank du dir. Heilschatz. Mit dem Pfeil ins Gesicht. Sehr gut. Ich mag da noch meine Vorräte. Geht weg. Sehr gut, Bruder. Ich mag noch Bruder heilen. Ich muss mich veratzen. Hey, das war mein Kill. Ich hab die 100 dafür bekommen, ihr. Ja, ich auch. Ich hab ihn ins Gesicht mit dem Pfeil. Wo? Kannst du mir auch mal heilen, Kati, bitte? Ja, natürlich. Du bist mein Heil-Ziel-Nummer 1. Ja, glaub ich, leuchte die Ruhe nach. Ja, boah. Ihr feint doch gerade. Ja, hinter uns. Da unten. Ja. Hallo, wer ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ich hab genug Vorräte, also wir können sterben, wenn ihr wollt. Sehr gut. Ich hab auch, boah, 97 von 64, hab ich, ne? Hab 66. Bist du den größer, den du bist? Da oben ist er. Oben, oben. Hab ihn gesehen im Lauschmodus. Ja, ich fall's gerade. Hab ihn. Da! In den Arsch geschossen. Da stehst du, Bruder. Oh, ich mag's hinten. Wenn's kitzelt, weißer. Ja, das war gut für gegen 19. Nein, das ist gelogen, nicht so gut. Wir haben noch ein Spiel. Mindestens. Ne. Ah doch, ja. Ja, doch, mindestens ein bisschen. Ziemesentführung. Ich hab' ihn willkommen. Die Gegner sind Führung. Ziemesentführung, kann ich mir sagen. Achso, achso. Ich hab' mich. Bruder, hab' mir nicht zu tun. Bruder, hab' mir nicht zu tun. Los geht's. Los geht's. Nein. Oh, vorne vor uns. Die kommen im Hof. Scheiß-Eindringling. 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 Ist da jemand weg? Hab' ihn ein paar Mal erwischt, aber der lebt noch. Ich hab' Angst hier unten alleine. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sterbe, 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 sterbe. Warte, ab zu. Ja, hier kommt der Toch. Und servus. Nee, nicht zu mir kommen. Die sitzen alle. Oh, die kommen unten unten ist einer. Ja. Welches unten? Fugger Vorsicht. Bei uns müssten eigentlich zwei sein, ne? Deswegen, pass auf. Ja, und unten ist auch noch einer. Hinter uns Fugger. Brugger, Vorsicht. Bei dir. Oh, der hat mich. Renne meine Bombe, du Arsch. Nein, der finischt mich. Brug ihn euch, der ist hier. Amin. Oh, shit. Da liegt noch eine Bombe. Oh Gott, jetzt sind sie am Campen hinten. Warum ist der da nicht reingelaufen, der Schweinehund? Sorus, Vorsicht, wir sind nur noch zu dritt. In der Turnhalle ist einer. In der Turnhalle, Leute. Geh mir mal die Turnhalle. Stimmt, wo ist die Turnhalle? Schwert zu sagen. Oder läuft gerade. Jetzt ist einer am Schulbusch. Hier, sie kommen von hinten vor. Zwei, zwei Runden bei den Schulbussen. Wo ist sie da hinten? Da unten, ja, ich sehe sie auch im Lauschmodus. Nächste, ich sehe sie, ne? Da unten direkt. Ja, unter einer Krieg, dann ist sie tot. Das Lausch auf den Glaube. Ja, ja. Schieß, schieß, schieß. Kati, die laufen da unten gleich raus. Vorsicht. Ja, jetzt bin ich alleine. Ne. Oh Gott, oh Gott. Ah. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Vorsicht, direkt hier drin. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schlag zu. Ich bin der Letzte, wieso? Ich bin der Letzte, wieso? Lager in der Gegend überfallen. Verbessere das Training deiner Gruppe, um Plündere abzuwehren. Alter, ja, ist ja gut. Danke, dass du es vorgelesen hast. Ich habe nur das Gleiche. Oh nein, ich muss hier schon wieder so ein Dings auswählen. Oh nein. Okay, ich mache, äh. Wie lange brauche ich mich für den? Wie viel war das denn bei mir? Wollen wir dich erst mal die Aufnahme beenden? Ja, machen wir mal. Ja, wir beenden jetzt das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.